Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite, in den Itemshop und gebt unten bei Unterstütz1Creator den Creator Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Die letzte Runde lief mittelmäßig. Wir haben ein paar Kills gemacht, aber nicht viele. Ich überlege, ob wir jetzt mal an meiner Lieblingsstelle gehen sollen. Da waren wir länger nicht mehr. Mal gucken, was da heute so abgeht. Da ist mein Lieblingsbot, da gibt's Loot und da gehen meistens wenig Leute hin. Aber wir werden's sehen. Ja gut, aber dass man mal als Frau nicht auf alles antworten kann sofort, ist auch klar. Ich meine, man wird von so vielen komischen... Ja, aber ich meine, wenn du ein Match hast, hast du dir das ja ausgesucht. Ich meine, die haben mir ja ein Like gegeben. Heißt, die haben Interesse an mir. Heißt, die können auch ruhig mal antworten. Dass es nicht sofort immer schnell, schnell sein muss, okay. Aber ich finde, mal antworten ist gut. Nur noch 15 Sachen nicht antworten. Achso, das war auch BioWolf. Ja, ich schreib keine 0815 Sachen. Ich schreib gute Sachen. Bitte klau mir nicht meinen Bot. Bitte klau mir nicht meinen Bot. Er klaut mir meinen Bot. Shit. Hier liegt auch keine Waffe rum. Und der Bot ist gut, weil der hat Bomben. Hä, wieso? Habt ihr das gesehen? Ich stand auf der Stelle und könnte nicht weglaufen. Was war das? Ich wäre rausgelaufen. Warum konnte ich nicht weglaufen? Hä? Hey, I'm stuck plötzlich. Ist das ein Bug gewesen? Das war die Scheiße. So ein Dreck. Ja, ich habe zwei Matches auf dem da. So eine Scheiße. Lass mich ein Like und ein Abo da. Was war denn das? Das war's. Egal.